Musik 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 Hallo, ihr welts? Hallo? Ja, das ist meine Nase. Ich glaube, die machen wir nur oben drauf, ne? Ja, das kann man so machen, wie man mit die Sohs auch tun. Na, du bist ja gar nicht verkleidet. Ne, Karneval ist auch vorbei. Ja, heute. Heute? Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Darf ich dich mal ein bisschen karnevalistisch entkleiden? Ja, das kannst du machen. Erst die Nase. Ja, bitte. Okay. Oh, keine Nase mehr. Nein, keine Nase mehr. Und das Hütchen? Ja. Das Hütchen könntest du anlassen, wenn du möchtest. Ja, dann lass ich das Hütchen nochmal an und meine schönen Luftschlangen. Was ist mit denen? Ja, die brauchen wir. Na, darfst du gerne haben. Ach, ist heute vorbei. Ja. Hab ich gar nicht mitgekommen, wo Leute feiern und tanzen in Luftballons und so. Ja, schau mal, Karneval. Ist aber nett, dass du dir das sagst. Rosenmontag, Freilichendienstag, das war auch gestern, ne? Das stimmt, das ist richtig. Ja. Und heute ist ein besonderer Tag. Aschermittwoch. Oh, Aschermittwoch. Ja, weißt du, was du sagst? Nein. Mhm, pass auf. Wir müssen nämlich erst etwas vorbereiten. Ich hab nämlich deine Luftschlangen jetzt hier. Oh. Ein paar sind hier schon im Schälchen. Mhm. Und jetzt musst du vorsichtig sein. Ich hab hier auch schon Wasser stehen. Mhm. Dein Schnabel nicht zu weit hier rüber, denn ich werde die Luftschlangen jetzt verbrennen. Oh, das ist aber spannend. Das ist so. Weißt du denn, was entsteht, wenn wir die Luftschlangen verbrennen? Ähm, ich nicht. Aber die Kinder, soll ich die Kinder mal fragen? Ja, frag die Kinder mal. Ich bin ja sicher, was entsteht, wenn wir die Luftschlangen mit echtem Feuer, Iris. Ja, ein ganz kleines. Okay. Was soll der machen? Also, ein Kind wusste das. Aha. Sollen wir den erst mal gucken und dann schauen wir, ob das stimmt? Ja. Okay. Machen wir das mal. Oh. Kannst du das sehen, was mit dem Luftschlangen passiert? Ja. Oh, die verbrennen. Oh, die sind ja ganz schwarz. Ach, das ist schwarz in meinem Hut. Ja. Oh. Die werden schwarz. Ja. Schau mal. Nicht ganz, aber hier zwischen. Und das Duft. Ja, das riecht. Ich verbrannt. Ein Kind hier. Das schwarze hier. Ich versuche das mal auf meine Hand zu legen. Ja. Das schwarze ist. Ein Kind hat gesagt Asche. Genau. Und mit der Asche kann man auch die Hand ein bisschen schwarz machen. Oh. Das ist aber sehr interessant. So, und wenn ich das jetzt abstreile, dann bleibt noch ein schwarzer Fleck übrig. Ja, natürlich. Und die brauchen wir für Aschermittwoch. Und dazu erkläre ich Dir gleich was. Sehr gerne. Das finde ich sehr schön. Ich höre auch sehr gerne Geschichten. Ich lerne sehr gerne. Das ist toll. Und die Kinder bestimmt auch. Bestimmt. Ja gut. Dann bis gleich Kinder. Bis gleich. Ja, hallo Kinder. Da bin ich wieder. Das Karnevalsfest ist vorbei. Und in diesem Jahr konnten wir kein Fest im Kindergarten feiern. Aber zu Hause habt ihr euch sicherlich geschminkt und verkleidet und Musik gehört und gefeiert. Heute, am Aschermittwoch, beginnt eine andere, eine besondere Zeit, von der wir jetzt in einem kleinen Gebet hören. Lasset uns beten. Guter Gott, nach den Karnevalstagen mit Verkleiden, Schminken und Musik beginnt heute die Fastenzeit. In diesen 40 Tagen wollen wir mehr von Jesus erfahren, um ihn besser kennenzulernen. Wir wollen ihn begleiten auf seinem langen Weg, bis wir mit Jesus das Osterfest feiern können. Diesen Weg, den Jesus vor sich hat, habe ich hier auf den Tisch gelegt. Es beginnt mit einer Schale, in der die Asche liegt, die Flip ja schon mit mir verbrannt hat. Die Asche entsteht, wenn etwas verbrennt. Asche wurde früher im Winter bei Glatteis auch auf die Straße gestreut. Asche ist aber auch ein guter Dünger für Pflanzen, damit sie gut wachsen. Für uns ist die Asche heute, am Aschermittwoch, ein Segenszeichen durch die Fastenzeit. Deshalb zeichnet der Priester, bei uns im Kindergarten, macht das jedes Jahr Herr Schicks, den Kindern und Erwachsenen ein Kreuz auf die Stirn. Erinnert ihr euch noch an Weihnachten? Hier liegt eine Bibel mit einem Bild von Jesus als kleines Kind, geboren in einem Stall. Aber dann wurde Jesus erwachsen und er wollte den Menschen von seinem Vater von Gott erzählen. Aber wie sollte er das machen? Er musste darüber nachdenken. Deshalb ging er in die Wüste. Dort war es still und er war ganz allein. Jesus hat zu Gott gebetet und blieb 40 Tage in der Wüste. 40 Tage Fastenzeit. Was können wir in dieser Zeit tun? Wir hören Geschichten aus der Bibel über den Erwachsenen Jesus, den wir auch besser kennenlernen wollen. Und wir können überlegen, wem sollen wir eine Freude machen oder wem können wir helfen. Der Weg führt uns mit Jesus weiter zu einer Höhle, mit einem großen Stein und zur Osterkerze. Denn am Ende des Weges feiern wir das Osterfest mit Jesus gemeinsam. Als Zeichen dafür, dass Jesus immer bei uns ist, singen wir jetzt zum Abschluss das Lied, das ihr bestimmt noch alle kennt. Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär. Wer lacht und spricht, fürchte dich nicht. Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär. Der, der lacht und spricht, fürchte dich nicht. Hallo, Iris, das war ja richtig schön. Ja, und du warst so still, du hast so toll zubehört. Ja, das war auch ganz interessant, weil ich kenne doch gar nicht viele Geschichten von Jesus. Ja, das war ja jetzt eine kleine Geschichte. Aber wenn wir Jesus besser kennenlernen wollen, dann gibt es da noch ganz viele Geschichten. Schau mal, das ist die Bibel. Oh. Und schau mal, wie dick das Buch ist. Oh, das sind ja ganz viele Geschichten. Und dann meinst du denn bis Ostern, dann weiß ich doch bestimmt schon einige Geschichten von Jesus. Oder hast du ja eben gesagt, dass wir... Ja, wenn die Kinder noch Geschichten von Jesus hören wollen, können wir gerne in der Fastenzeit noch ein paar Geschichten hören. Also, ich möchte auf jeden Fall Geschichten hören von Jesus, weil ich fand das sehr, sehr schön. Das machen wir zwei auf jeden Fall hier. Super. Das freu ich mich. Okay, ich mich auch. Dann bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Die Flippiritas, die Flippiritas, wir singen und haben Spaß. Wir sind konterbunt und drum geht es rund mit viel Energie. Und Spaß ist das Ziel, davon haben wir ganz viel. Die Flippiretas, die Flippiretas, wir singen und haben Spaß. Darum, liebe Leute, nehmt euch doch mal Zeit und macht einfach mit. Los, alle mal aufstehen. Ja, genau, auch du. Trau dich, mit uns Flippiretas, hab einfach Spaß. Die Flippiretas und das war's bis nächstes Mal. Ciao.